Echt, das ist schon mal so. Ja, ich denke, es ist auch noch legaler Sex. Ja, ich denke, es ist auch noch legaler Sex. Ah, dann füllte ich den Glas wieder ab. Oder abgeräumt. Ich bin schon in der Tür in der Acker. Ich habe immer Angst, dass ich einen Förster habe. Ich bin schon in der Tür. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Bisschen schräg verweißen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Jetzt ist's gerade. Na, stimmt. Das ist gar nicht so schlecht. Da ging's links rum, gell? Ja. Jetzt geht halt da der Wind, verstehst du? Ja, dann merkt man hier oben viel mehr. Das riecht extrem. Ja, das stimmt, das Platinum riecht. Ja, ziemlich arg. Das riecht man kaum, ne? Aber das riecht gar nicht eigentlich. Okay. 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 Gut. Dann hat sie auch jetzt am Sonntag an das Gelände. Da hat's einen Haufen. Scheiße. Ja, stimmt. Ich bin zufrieden. Ach du, das ist doch ein schöner Acker. Ah, der am Sonntag ist noch schöner. Ja? Mhm. Wer hat einen schon gefunden? Dann merkt man zuhören. Ja, wie hier? Da kennt er auch einen. Ah. Das war einfach hier. Ja. Okay. Ja. Noch drüber. Dann kommt die dann nach, dem nächste Winkel. Na? Ja. Super. 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 Ja, super. Ja, super. So, jetzt, Adler. So, nein, wir hatten da immer noch was. Jetzt hat es hin, ne? Ja, eine hat es dann gut gemacht. Okay, die Wagen rief sich weiter vorne. Okay, gestanden, oder? Ja, vorne. Ja, super. Jetzt muss ich mal gucken, was sie dort bedenkt, was da schon rumgeht. Ja, das ist so. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ja, das ist gut. Soll ich jetzt ein bisschen über die Seite vom Andreas noch laufen, dass da... Oh, nee, wenn du nicht siehst, aber es hat ja auch zufrieden zu tun, ne? Weil die war gut zufrieden, ja? Ja, ja. Aber ich bin zufrieden. Hat sie doch schön gemacht. Ja, ja. Die Prüfung kann kommen. Gut. Die sucht auch an. Mein Mann hat ja, der Mann hat ja, oder der Mann Fried, ja, will noch größere Schritte...